Das Versteckspiel ist vorbei, Ralf Schumacher ist in einen Mann verliebt. Doch was sagt eigentlich Ex-Frau Kora zu seiner neuen Liebe? Es war die Liebesüberraschung des Wochenendes. Ralf Schumacher machte am Sonntagabend in einem Instagram-Post seine Beziehung öffentlich und feierte gleichzeitig sein Coming-out. Punkt zu einem Foto, das ihn von hinten Arm in Arm mit einem Mann zeigt, schrieb er. Das Schönste im Leben ist, wenn man den richten Partner an seiner Seite hat, mit dem man alles teilen kann. Beide blicken gemeinsam in den Sonnenuntergang über den Meerpunkt für sein enges Umfeld scheint es ihn hingegen keine Überraschung gewesen zu sein. Punkt unter anderem kommentierte Carmen Geis, du hast mit Etienne den besten Partner, den man sich nur vorstellen kann. Nach zwei Jahren könnt ihr eure Liebe endlich der Welt zeigen. Zusätzlich teilte sie auf ihrem eigenen Profil, ein gemeinsames Foto mit den Männern, auf dem auch Eties Gesicht gut zu erkennen ist. Eine Frage stellen sich jedoch viele Fans, wie steht eigentlich seine Ex-Karo Schumacher zu seiner neuen Lieben? Hat Kora Schumacher im Dschungel Kimp über Ralfs neue Liebe gesprochen? Bislang warten die Fans vergebens auf ein offizielles Statement der 47-Jährigen. Aufmerksame TV-Zuschauer, Ihnen wissen jedoch, dass Kora im diesjährigen Dschungel-Camp dabei war. Punkt schaut man sich die Folgen mit dem neuen Wissen an, scheint es fast so, als hätte sie damals schon von Ralfs Partner gewusst. Punkt am Lagerfeuer erklärte sie beispielsweise, ich habe ihn aus Liebe geheiratet. Bei ihm bin ich mir da nicht ganz so sicher. Ich war immer ehrlich zu ihm. Andersrum eher nein. Im Einzelinterview in Dschungel-Telefon verriet sie später, sagen wir mal so, man wahrt die Persönlichkeitsrechte des jeweils anderen. Punkt ich kann über einige Dinge nicht reden. Mir ist es die Sache einfach nicht mehr wert. Mein Sohn ist mir alles wert, aber der Rest nicht. Es macht keinen Sinn, darüber in der Öffentlichkeit zu reden. Ob Kora hier tatsächlich auf Ralfs neue Liebe angespielt hat, ist unklar. Sobald es ein offizielles Statement gibt, erfahrt ihr es hier.